Und hier noch die öffentliche Seite von unserem Seep, unserer Racklitikone von der Mosalp. Er hat offen, da seht ihr ihn, er hat offen von Mittag an bis zum Abend. Und wenn er lang bleibt natürlich noch länger und wenn er weniger lang bleibt, noch weniger lang. Aber er hat offen, Donnerstag, Freitag, Samstag, da an der Mantagsstrasse, da in Niederhassli, da beim eigenen Kreiselungsfahrt vom Ottigers Christ beim Verkauf. Euer Galdus Ottiger.